Oben Schindra, unten Schindra. Ich werde sie mit Stumpf und Stiel ausraten. Tifa! Hey, Tifa! Alles okay? Ganz und gar nicht. Hier muss irgendwo ein Mist sein. Du musst es verstören. Verlass dich drauf! Das war's. Tifa! Wo ist Klau? Na ja, der Junge kommt schon allein zurück. Machen wir hier Klau, Chef! Übernimm mal! Überlasst das mir! Nein, Ende! Schon gewonnen! Nächstes Gebet! Bist du verletzt? Nein, keine Sorge. Okay. Dann aufzuwetschen. Schnell! Bist du! Ich bin ich für ihn auch verletzt! Ich bin für ihn auch für ihn nicht zurückgekommen. Das ist ein Dschenspiel! Das ist ein Dschenspiel. Du bist ja noch in den Klau. Ich bin sicher, wer hat's nur an España gekämpft. Ich bin in der Klau! Das ist ein Dschenspiel. Dschenspiel. Da geht noch was! Was für ein Hirscher? Wie schmeckt ihr das? Wir haben noch nie geplant. Eine Dusche will jetzt nicht. Auf die Tränen! Auf die Tränen! Gutschen viele Stufen. 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 Bitte. Das war's. Das war's. Das war's. Er ist okay. Wirklich? Dieser Junge hat mir einen Schrecken eingejagt. Ein Glück. Danke. Los, raus hier. Ja. Gutes Training. Was ist das? Ferret! Das ist das. Das war's. 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 Vorsicht! Das ist eine große Herausforderung! Das war's für heute. 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 Ja. Jetzt kann ich schlafen. Erstmal Lena und dann Wetch. Ich steh tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Aeris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem... Bitte, rettet meine Tochter. Papa! Lähnchen! Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt töpfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Hm? Da sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa... Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Ja. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken, nicht wahr? Mhm. Weißt du, dieses Mädchen... Ja? Mhm. Geh ihr helfen. Das mach ich. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Barrett. Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aerys zu retten. Sag mal, wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Was schlägst du noch eine Brille? Okay. Was schlägst du dann vor? Da geht es um alle bekannten Routen. Und jetzt wird der是不是 her. Wir müssen jetzt ein Geheimweg. Eber die Schägingge um den Tisten dar hau. O war mit der Scheine? Ja? Du bekannten Routen, ich bitte deshalb vor dem, was die Schäge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017